Liebe Geschwister, wir werden heute über ein sehr, sehr ernstes Thema reden. Wir sprechen über eine der größten Versuchungen dieser Zeit. Diese Versuchung hat viele Menschen und Familien zerstört. Und es gibt in dieser heutigen Zeit fast niemanden mehr, der vor dieser Versuchung verschont geblieben ist, außer einigen wenigen. Eine Sünde, die eine der gewaltigsten Sünden bei Allah ist. Und wo auch immer man sich befindet, so wird diese gewaltige Sünde von den Menschen begangen. Ob es in der Schule ist oder ob es auf dem Arbeitsplatz ist oder in den Häusern, ja sogar draußen im Freien, vor allen Menschen. Ich habe nach mir keine größere Versuchung hinterlassen als die Frau. Und dass diese Sünde irgendwann draußen auf der Straße passieren wird, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns damals vor sehr langer Zeit prophezeit, dass die Sinna draußen vor den Menschen begangen wird. Vor den Augen der Menschen werden verdorbene Menschen den Geschlechtsverkehr vollziehen. So heißt es in einer Überlieferung, die Zeit dieser Ummah wird nicht eher zu Ende gehen, bis ein Mann auf offener Straße mit einer Frau das Üble begehen wird. Ich sage euch nur ein Stichwort, Love Parade. Die meisten Menschen, liebe Geschwister, werden in das Höllenfeuer kommen, aufgrund dieser üblen Sünde, die sie vollziehen werden. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was der häufigste Grund ist, warum die Menschen in das Höllenfeuer eingehen. So wurde er auch gefragt, was sind die Gründe, warum die meisten in das Höllenfeuer eingehen. So sagte er, die Zunge und das Geschlechtsteil. Allahu akbar. Und Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner immensen Barmherzigkeit zu seiner Schöpfung, er hat uns etwas im Koran Al-Karim gesagt, um uns vor der Hölle zu schützen. وَلَا تَقْرَبُ السِّنَا Nährt euch nicht der Unzucht. Ihr sollt euch nicht der Unzucht nähern. Und die Gelehrten sagen hier, es ist viel stärker, ein größeres Verbot, ein strengeres Verbot, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, nährt euch nicht der Sinner, anstatt dass er nur gesagt hätte, begehnt keine Sinner. Denn begehnt keine Sinner, würde sich nur auf die Tat der Sinner beziehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns gesagt, nährt euch nicht der Sinner. Das bedeutet, jeder Schritt, der zur Sinner führt, ist verboten. Wenn man Frauen anschaut, قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَعُدُّنَ مِ عَبِسَارِيْمِ Es ist nicht nur der Blick, sondern es ist auch, dass man den Frauen die Hand gibt, dass man die Frauen berührt. Das alles sind Schritte zur Sinner, dass man unter Frauen sich begibt und mit diesen zusammen ist. Dieses alles sind Schritte, die einen zur Sinner bringen. Das bedeutet, hier hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt, dass dieses eine abscheuliche Sünde und ein übler Weg ist. Dann kannst du nicht mehr als Muslim dieses lieben. Was werde ich lieben? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abishayba rahimullah ta'ala, er überliefert eine Überlieferung von Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa arba, einer der noblen Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Ibn Rajab al-Hanbali rahimullah ta'ala sagte, diese Überlieferung ist authentisch. Diese Überlieferung beweist uns, wie gewaltig die Sünde der Sinner sind. Als Abu Musa al-Ash'ari am Sterben lag, sagte er zu seinen Kindern, O meine Kinder, erinnert euch an die Geschichte des Mannes mit dem Brot. Erinnert euch an die Geschichte des Mannes mit dem Brot. Es gab einen Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala über 70 Jahre diente, unentwegt. Und er verließ niemals sein Zimmer in seinem Kloster. Er war einer von den früheren Völkern. Er verließ niemals sein Zimmer in seinem Kloster, außer an einem Tag, wo er in die Stadt herausging. Und Schaitan ließ ihm seinen Blick auf eine Frau werfen. Sie war wunderschön und so ging er mit ihr mit und verbrachte die nächsten sieben Tage und Nächte mit dieser Frau. Liebe Geschwister, dann plötzlich erwachte er aus diesem Eidtraum. Denn wie schlimm ist das für einen Gläubigen, dass er sich Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber widersetzt. Und jeder Gläubige sollte wissen, wenn du auch so viele Sünden machst, wie der Meeresschaum, du wirst Allah subhanahu wa ta'ala damit nicht schaden können, aber du schadest dir selber. Er erwachte. Ihm war plötzlich klar, was er getan hatte. Und er wandte dann los. Wollte einfach nur weg, liebe Geschwister. Er machte keinen einzigen Schritt, ohne dass er diesem Schritt eine Niederwerfung folgen ließ. Räume. Und er lief so lange, bis er auf eine Gruppe von zwölf armen Menschen getroffen ist. Und so hat er sich ihnen angeschlossen. Zu dieser Gruppe von Menschen kam jeden Tag ein Mönch, der zwölf Brote mitgebracht hat. Aber jetzt bestand die Gruppe nicht mehr aus zwölf Leuten, sondern aus 13. Denn dieser Mann, der 70 Jahre Allah gedient hat, hat sich dieser Gruppe angeschlossen. Er wollte einfach nur weg von dem Ort des Übels, was ihn immer an seine schlechte Vergangenheit erinnert hat. Und es gab einen Menschen, der hat jeden Tag diesen zwölf Personen Brot mitgebracht. Und alle kriegten ihr Brot aus einer Person. Und natürlich, er war der 13. Und er war eigentlich nicht gedacht dafür, dass er auch Brot bekommt. Aber er hat Brot bekommen. Und eine andere Person von dieser Gruppe, der normalerweise das Brot bekommt, hat es an diesem Tag nicht bekommen. Und so sagte er, wo ist mein Brot? Dann sagte der Mensch, der Allah 70 Jahre gedient hat, hier, nimm dieses Brot von mir. Er hat ihm sein Brot gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala nahm dann die Seele von dieser Person. Und so heißt es in der Überlieferung, Allah ließ seine guten Taten von diesem Mann, der Allah subhanahu wa ta'ala 70 Jahre angebetet hat. Allah subhanahu wa ta'ala, er ließ alle seine guten Taten, die er in den 70 Jahren gemacht hat, wiegen lassen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite die sieben Tage Sinat. 70 Jahre Ibadah und entwegt gegenüber sieben Tage Sinat. Und die Waagschale mit den sieben Tagen Sinat überwogen. Hier ist eine Warnung an uns alle. Wir können viele Ibadah machen. Aber der Wert von diesen Ibadah könnte hoch oder niedrig sein. Nein, niedrig. Wie viele Gebete haben wir gemacht, liebe Geschwister, die man wirklich Gebete nennen kann? Ich sage euch die Wahrheit. Die meisten von uns beten und in der ersten Rakka, am Anfang des Gebetes gleich, so sagen sie, könnte dieses Gebet doch nur schon zu Ende sein. Das bedeutet, sind unsere Anbetungen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, so wie Allah es von uns möchte, oder? Haben wir nicht Defizite, extreme Defizite in unseren Anbetungen, so dass diese Anbetungen vielleicht fast gar keinen Lohn bei Allah azza wa jall finden werden. Denn der Prophet Muhammad SAW hat uns gesagt, einer von euch, er könnte das Gebet machen und er kriegt nur ein Achtel, ein Sechstel, ein Viertel von Lohn, vielleicht auch gar keinen Lohn. Allahu Akbar. Das bedeutet, du unternimmst die Anstrengung und du betest, aber bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommst du keinen Lohn für dein Gebet, weil dieses Gebet von Anfang an schlecht war. Danach wurde das Brot gebrochen. Diesen Tag, den er gemacht hat. Er hat einem Mann nur ein Brot gegeben, mehr nicht. Aber diese Salaqa, die er gemacht hat, war mehr wert als die sieben Tage sind. Subhanahu wa ilaikum. Allah setzt Maßstäbe, die wir nicht immer verstehen, liebe Geschwister. Als ob die Frau nicht schon eine gewaltige Verführung wäre, so läuft sie noch halbnackt auf den Straßen herum. Die Frauen, sie laufen halbnackt auf den Straßen herum, sie zeigen ihre Reize und dabei haben sie einen verführerischen Gang und sie spielen mit der Lust des Mannes. Nicht umsonst hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Frauen das Höllenfeuer bestimmt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, Frauen, die halbnackt, aber doch angezogen sind. Diese Frauen sind eigentlich nackt, auch wenn sie etwas angezogen haben, sind sie trotzdem nackt. Und sie sind nicht nur nackt, sie laufen dabei in einer verführerischen Art und Weise. Ihr kennt ja diesen Entengang. Warum laufen sie so? Sind sie schon immer so gelaufen mit acht Jahren oder mit neun Jahren? Sie sind nicht immer so gelaufen, aber im Laufe der Zeit haben ihnen Schaiatien von Menschen beigebracht, dass dieses ein Gang ist, der die Männer verrückt hat. Also haben sie angefangen ebenfalls so zu laufen und sie haben es anderen beigebracht ebenfalls so zu laufen. Allah subhanahu wa ta'ala hat für diese Frauen das Höllenfeuer bestimmt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, sie werden nicht in das Paradies eintreten und nicht mal dessen Geruch riechen. Allahu akbar. Und das, liebe Schwestern, ist eine gewaltige Warnung. Wallahi l'adhim, es ist besser für dich, Schwestern, dass du dich ein paar Tage bedenkst, bis Allah deine Seele nimmt, bevor du für eine ungewisse Zeit in das Höllenfeuer geworfen wirst, nur weil du zu wenig Stoff hattest. Wisst ihr, dass Allah subhanahu wa ta'ala eifersüchtig ist, wenn wir Sinner machen? Hört diese Überlieferung bei Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, O Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bei Allah, außer dem es niemand anderen gibt, er ist eifersüchtiger auf seine Diener als sie selber. Allah, wenn sie Sinner machen. Allah ist eifersüchtig. Er ist eifersüchtig, dass die Gebote von ihm verletzt werden. Ja, sogar es gibt eine Strafe im Grab für diejenigen, die die Sinner machen, liebe Geschwister. So heißt es in einer Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ebenfalls bei Al-Bukhari, so gingen wir los. Das bedeutet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die Engel. Bis wir zu etwas kamen wie Abtanur. Abtanur, ein Ofen, ein Ofen, der oben spitzenk ist und nach unten weit wird. Wir kamen an einer Ofenanlage in einer Grube vorbei. Und der Überlieferer von diesem Hadith sagt, ich denke der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, aus welchem lautes Geschrei emporstehen. Wir schauten hinein und sahen nackte Männer und Frauen, die immer schrien, sobald die von unter ihnen aufsteigenden Flammen sie errichteten. Allah. Diese Strafe ist speziell eine Strafe im Grab. Das bedeutet, diese Strafe bekommen sie bis Jawmul Qiyama, bis zum Tag des Gerichts und dann kommt die viel größere Strafe. Obwohl, was denkt ihr? Ihr kennt eine Ofenanlage, ein Lehmofen, wo Brot reingetan wird. Nimm das Brot raus, stell dir vor, du wirst da reingelegt. Und diese Ofenanlage ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Ofenanlage, die Allah, azza wa jall, für diese Leute bestimmen wird. Er war meine Geschwister. Und wir beenden, indem wir darüber reden, welche Vorteile es hat, dass man keine Sinne macht. Denn wir wollen, inshallah ta'ala, diese Sache ab heute lassen. Und möge Allah, subhanahu wa ta'ala, jedem Bruder und jeder Schwester vergeben, die dieses bislang gemacht hat. Und wir freuen uns immer sehr, dass die Brüder und Schwestern ruhig zu Allah, subhanahu wa ta'ala, umkehren. Denn das bedeutet Einsicht, es bringt uns nichts, dass wir hier alle zuhören und danach mit dem weitermachen, was wir bislang immer gemacht haben. Das bedeutet, liebe Geschwister, Allah hat uns keine Barmherzigkeit in dem Moment gegeben, dass wir diese Sache nicht nur gehört haben, sondern auch umgesetzt haben in unserem Leben. Möge Allah uns nützliches Wissen geben. Der Prophet Muhammad, subhanahu wa ta'ala, sagte Derjenige, der mir garantiert, was zwischen seinen beiden Kiefern ist, das ist die Zunge, und was zwischen seinen beiden ist, das ist das Geschlechtsteil. Dem garantiere ich das Paradies. Garantie. Allahu akbar. Bittes etwas Besseres? Nenn mir eine Veranstaltung, wo es einen besseren Preis gibt, als das Paradies. Bittes. Deswegen, wenn wir dieses unterlassen, so garantiert uns Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, das Paradies. Liebe Geschwister, und Allah, subhanahu wa ta'ala, sagt im Koran Männer, die ihre Scham hüten, keinen verbotenen Geschlechtsverkehr haben. Und Frauen, die ihre Scham hüten, keinen verbotenen Geschlechtsverkehr haben. Und diejenigen, die Allahs viel gedenken von Männern, und diejenigen, die Allahs viel gedenken von Frauen, für sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Was meinst du, wenn Allah dir vergibt? Was ist deine einzige Heimstätte, das? Paradies. Und einen großartigen Lohn bereitet. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von As-Shaytan? Ja. Überall, ich hoffe. Meine Liebe testosterone. Und die, was ich in der Estado schwebt? Ich meine, dass ich deine Stimme lassen, sondern dass es nicht anders ist. Ich meine, dass es nicht anders ist, aber nicht anders ist. Ich meine, dass ich eine Stimme verabschiede, unsere Schmerzen. Es ist genau, dass ich mir nicht mehr anstatt, sei es nicht anders. Ich habe mich und Abschaffbar anstattem einen Einstieg. Ich meine, dass ich mir vor allem im Nachmittag'ufe,